So, da sind wir immer noch vor Anker auf der Insel, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und ich hab gesehen ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal noch drüber gesprochen hatten da ist noch ein Baum da oben drauf ich würde es einfach nochmal schnell versuchen da irgendwie ranzukommen weil wir haben ja immer Plankenmangel und unser Baum ist hier auch schon gewachsen oh stimmt, der war eben als ich die Welt geladen habe war der noch klein das war ja sogar ein Kokosnussbaum äh, Palmen können ab und zu Kokosnüsse glaube ich abgeben oh, hier hinten ist auch noch ein Baum das macht auf jeden Fall Sinn ich hab letztens gehört dass es statistisch häufiger vorkommt, dass Menschen von Kokosnüssen erschlagen werden als dass die von Haien angegriffen werden das, äh, halte ich in diesem Spiel durchaus für ein sehr großes Gerücht also in dem Spiel auf jeden Fall, ja also ich bin hier noch von keiner einzigen Kokosnuss erschlagen worden aber der Hai, der hat uns doch schon das ein oder andere Mal begrüßt, ja auf jeden Fall so, ich, äh bin vorbeigesprungen ich bin zwar ein Idiot passiert mal äh, ne, da komm ich nicht hoch aber ich beeil mich nur lasst dir Zeit wir haben ja zum Glück Anker geworfen das schon, ja aber wir wollen ja auch nochmal ein bisschen weiter ich würde auch gerne vielleicht, ähm, noch mich mal um die Antennen kümmern aber dafür dürften uns die Ressourcen fehlen stimmt, eine steht hier aber schon, ne? genau, eine haben wir gebaut wir brauchen aber mehr, weiß ich aus vertraulicher Quelle okay was das wieder für eine Quelle sein mag ja ne ganz komische so, ich glaub, jetzt haben wir aber alles ich kümmere mich in der Zeit mal hier um die Nahrung ein bisschen ähm, oder Hai, der kommt kommt nicht, kommt vielleicht er ist sich nicht sicher, was er machen will ne, der schwimmt hier einfach nur rum ich bin nicht da ich verstecke mich jetzt konnte er mich doch gesehen bist du jetzt im Wasser? ich bin im Wasser, ja ich versuche noch ein bisschen meine Kampftechnik wieder zu, ähm, verfeinern ah okay ich hole dich dann gleich raus ne, alles gut ich bin schon wieder da so, ich würde Anker lichten alles klar oder wollen wir hier noch den, ähm, Meeresboden abgrasen ich weiß nicht, ob wir da nicht schon schon relativ viel gemacht haben ich hab nämlich jetzt gerade deswegen extra mal geschaut das Wichtigste oder das Meiste dürfen wir tatsächlich schon haben eigentlich okay, alles klar also ich seh, ich seh nix mehr aber nehm ich noch mit ne, ne, ich, äh, fahr noch nicht weg ja, genau ich, ich spiel dann einfach hier auf der Insel weiter wie ist das eigentlich? wenn man sein Fluss verliert hat man dann überhaupt die Möglichkeit sich ein neues zu bauen? ähm, ich weiß nicht, ob du nicht irgendwann ob du nicht vielleicht auf dem Fluss wieder spawnst okay, eigentlich das könnte sein das wäre schon ein Experiment wert, oder? ähm, ich, 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 es kann sein dass es im Multiplayer sogar nochmal anders ist weil ja theoretisch ich dich ja irgendwie retten oder wiederbeleben oder, ne, so machen könnte mhm, ja so, ich schaue jetzt gerade mal nach der Antenne wir bräuchten vier Schrott eine Leiterplatte und einen Bolzen und wir haben einen Hai wo, wo, wo? vorne, links okay so, ich repariere gleich ich hatte mir ja in der letzten Folge die Aufgabe gegeben die Kisten mal so zu sortieren dass man ja, ein kleines System hier drin hat ja also hier bei der linken Großen von den Großen, die nebeneinander stehen dort kommt nur Nahrung rein okay ähm, und hier rechts wollte ich die Erdzahl also auch so Gesteine, Sand und was auch immer alles hier sein und natürlich auch verarbeitet ist ja, können wir machen ähm, Schrott, haben wir noch? ja da ist Schrott ein Haufen Schrott und ein Bolzen dann stellen wir einen Bolzen her dann stelle ich mir mal eine Antenne her und dann brauchen wir neue Kupferbarren dafür müssten wir die aber einschmelzen das heißt, das könnten wir dann im Anschluss machen so, ähm, ich habe eine Antenne das ist eine Antenne mehr als du ja, gut ja, und dann erweitern wir das Floß auf jeden Fall wir können, ich weiß gar nicht ob es auch Schilder gibt warte mal, hatten wir da schon irgendwas erforscht oder gibt es an dem Forschungstisch irgendwas dafür? ich wollte gerade sagen ist das hier mit der Antenne nicht ein bisschen gefährlich also, dass die hier so am Sand steht? ähm, doch da müssen wir noch äh, dann irgendwie mal außen rum bauen tatsächlich kleines Trophäenbrett ah ne, das sind Trophäenbretter ich will ein Schild ein Schild wieso hat dieses Spiel keine Schilde? weil mit Schildern könnten wir nämlich die Kisten einfach bezeichnen ah, ja natürlich das wäre auch eine Möglichkeit aber leider nein wo haben wir jetzt hier die Fässer verpasst oder hast du die gerade auch schon eingesackt? ich hab die tatsächlich schon eingesackt sehr gut die hab ich nebenbei aus dem Augenwinkel so gesehen zumindest ein paar zwei Stück oder so ja, ja, alles gut, alles gut dann guck ich grad bei wegen Sammelnetzen aha dann machen wir doch einfach mal hier an die Ecke noch ein Sammelnetz hin müssen wir nur aufpassen dass der Hai das dann nicht gleich so wegfrisst kann man Bolzen aus Schrott machen? mh, nein dafür brauchst du Metallbarren da hab ich jetzt gerade wieder welche reingepackt ok, nice so, Kopfer, Kopfer ich find das irgendwie so doof dass man nicht gleichzeitig an das Inventar ran kann ja, stimmt also an die Kisten, ne? genau, richtig ich hab jetzt den Bogen, Phil ich hab's endlich geschafft einen Bogen zu basteln gut, dann bist du jetzt für die Möwen zuständig Nahrungsbeschaffung mal anders und vor allen Dingen Nahrungsverteidigung ja, stimmt aber die Vogelscheuche seitdem wir diese Aufnahme gestartet haben toi 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 leistet richtig gute Dienste also ich glaube vor zwei Folgen war's so schlimm wo unsere Vogelscheuche einfach komplett den Zweck verfehlt hat da war sie nicht so gut dabei das stimmt, ja nee das muss man leider zugeben oh was, ich hab schon wieder Durst ich, äh ja hast du irgendwo Planken gesehen? äh in meinem Inventar, ja ich, äh könnte ich kann dir gleich welche geben ja ist klar wie viel brauchst du denn? ähm am besten so sechs oh wow hast du genau ein paar Pfeile hergestellt oh nein ich bin so dumm ich bin so dumm komm zurück komm zurück ist passiert ich hab irgendwas seh dich nicht ne alles gut ich hab ich hab meinen Hammer ins Wasser geworfen aber er ist von so einem von so einem Sammelnetz wieder aufgefangen worden okay, nice ähm im Untergrund erzählt man sich dass das gleiche wohl mit meiner Tasse irgendwann passiert gewesen sein muss echt ich es aber nicht mitbekommen hab das halte ich ja für ein Gerücht dass sowas passieren kann ich auch so, wir haben doch irgendwo bestimmt auch noch rohen Fisch, oder? haben wir haben wir keinen? ne, ich hab aber gegrillt wenn du möchtest oh doch hier, roher Lachs dann schmeiß ich mir nämlich grad meinen Lachs auf den Grill weil mich hüngert es schon wieder ein kleines bisschen ja ich habe grad übrigens die ersten Möwen die hier vorbeikamen verjagt aus also Flex das ist alles gut wir können doch irgendwo mal so ein Vogelnest bauen ey oh, oh der will die Anlage haben ja oh jetzt jetzt genau das ist jetzt das hat er davon hätte ja nicht sein müssen ne dass er da sowas macht ne, stimmt wir wollten das hier auch friedlich klären er hat's ja letztendlich im Griff gehabt ähm ich versuch grad mal das Floß abzudrehen nicht da langs und dann nach rechts weil das so eine ganz flache Insel ist hab ich auch gerade gesehen du schwimmst schon mal vor ich schwimm schon mal vor genau also das ist das sind so die kleinen Momente bei mir wo ich dann endlich mal ins Wasser kann ja Freiheit oder kommt sogar noch ne Kiste die holst du ja gut du bist eh schon da draußen genau da brauchen wir uns auch keine Gedanken machen dass das ganze coole Zeug an uns vorbeischwimmt das stimmt ja ich sag dir Bescheid wenn der Hai wieder da ist ähm hast du so noch so ne Idee wie groß wir das Floß noch machen wollen wir erstmal noch so eine Reihe jetzt hier außen rumziehen komplett und dann einen zweiten Stock versuchen aufzubauen dass wir halt auch bisschen mehr Platz einfach haben auch für Lager oder sowas das ist ja auf jeden Fall ne gute Idee weil aktuell haben wir ja ich sag mal so gemütlich viel Platz genau aber es ist nein sorry ähm ja ich geb dir das sofort wenn die Möwe hier weg ist ja ja ähm ich hab nämlich ganz ganz doll arg Hunger schon wieder? oh wow boah okay ähm ich kann da nicht hinterher tauchen weil ich keine Nahrung hab oh keine weiteren Fragen warte mal ich hol's ich hol's ich hol's halte die Taste zum Aufnehmen von gedrückt nur nur dass wir mal drüber geredet haben ja ja von halt weißt du doch so ähm du bist ja hier der Bogenmann ne ja jetzt bin ich der Bogenmann dann hast du doch bestimmt Verwendung dafür und ich hab ich hab zwei äh Schenkel genau für neue Pfeile oder? brauchst du die da nicht? ähm ähm Kunststoff, Stein und Plastik brauche ich dafür ich glaube okay aaa okay 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 jetzt siehst du? ja da war doch was und ne Hängematte endlich das ist das was wir uns verdient haben die Hängematte hatte jetzt aber nichts mit den Pfeilen zu tun oder? doch echt jetzt? braucht man auch ja ja okay man muss ja auch bequem liegen stimmt ein Federbett ein gemütliches ja daunen so ist jetzt hier unsere Palme die sieht auch schon wieder fertig aus tatsächlich acht Federn braucht man dafür ich hab jetzt nur sechs bekommen jetzt sind es auch tatsächlich nur noch fünf aber ist nicht schlimm achso weil du ja eine gebraucht hast zum erforschen genau so wir sind kollidiert und angedockt sozusagen oh ich baue hier die ganze Zeit dann rum aber ich glaube das ist doch noch nicht fertig ähm Melonen das wird glaube ich eine sehr kleine und sehr schnelle Insel achso oh man ich hab die ganze Zeit vergessen zu essen ich weiß nicht ich gucke mir das in der Folge nochmal an ähm ich glaube ich hab mit dem Hammer versucht den Baum zu fällen was jetzt nicht unbedingt funktioniert das äh glaube ich dir gerne oh das sind schon wieder Möwen ja oh man ich hab die Schussmechanik noch nicht ganz raus verdammt die war echt rechte Beute aber naja hat nicht geklappt und ich brauche eine Axt dafür brauche ich Steine und Seil so ich hab alles außer Steine ich hab hier mal eben die Planken aufgefüllt scheinbar so viele dass ich jetzt keine mehr hab ich besorge neue alles klar ich hab jetzt gerade eine neue Axt gebaut ähm wollen wir gleich nochmal fix schlafen gehen äh können wir gleich machen ja ich würde gerade noch kurz die Bäume holen auf der Insel alles klar weil dann ist die nämlich eh aber wobei wir könnten versuchen ähm unter Wasser gerade nochmal zu gucken aber dann gehen wir vorher schlafen ja ja der Hai ist hier nämlich gerade wieder aufgetaucht okay dann müssen wir ihn bekämpfen so ich dürfte eigentlich hier fertig sein ich komme runter ja ich dachte gerade der Hai ist da aber es hat mir auch nur das Floß was geknarzt hat die Schritte hören sich teilweise so an als würde der Hai schon dran sein ne ja so ein bisschen also unsere Schritte ne das sind doch nicht unsere Schritte gewesen aber hin und wieder macht das Floß solche Geräusche okay nahrungstechnisch sind wir ganz gut ausgestattet aktuell das ist schön zu hören dann äh ist zumindest auch was für mich noch was da so ja klar ich gehe jetzt gerade mal unter Wasser unter hoffnung dass kein Hai hier auftaucht und fange schon mal an zu sammeln ja haben wir noch einen Hai-Köder? ne ne aktuell nicht das liegt aber auch daran dass ich ähm gar keine Fische habe die ich dafür verwenden kann ich glaube einen einen haben wir noch ne einen habe ich noch aber ich kann auch mal schnell ein Hering oder Seebrasse fehlt ja warte mal ich habe hier eine rohe Seebrasse ja dann fehlt aber leider noch einer oh also fehlen quasi zwei ja genau genau also ich habe deinen jetzt quasi schon mitgerechnet gehabt ach so den du meintest so ganzen Zeug okay das hier ist leider schon ziemlich voll ich bin gerade ein bisschen am Angeln ja aber bis jetzt war es leider nur ein Buntbarsch und hier ist die rohe Seebrasse jawohl so der Köder ist hier was brauchst du den aktuell oh ähm ja ja schmeißen schmeißen ruhig mal ins Wasser ich versuche gerade so ein bisschen wie gesagt meine Hai-Kampftaktik noch ein bisschen zu ah ja also kurz bevor der Hai das Maul aufmacht musst du zustechen dann triffst du ihn und äh er macht dir keinen Schaden also ich kämpfe jetzt gerade hier mit ihm komisch dass er gar nicht auf den Köder einsteigt irgendwie nicht ne vielleicht äh mag er lebend vor dem Meer kann ich mir gut vorstellen los gut ich geh dann einfach schon mal ins Wasser ja genau also wenn er dich Achtung auch ich wollte gerade sagen wenn er dich nicht unbedingt angreift dann kämpfe ich mit ihm und du kannst mal ein bisschen suchen jetzt ist er wieder weggeschwommen oh yes wir haben endlich ne Riesenmuschel das bedeutet wir können dieses super Nest bauen das ist cool hier ist ordentlich Wasser und Rohstoffen da also das lohnt sich Achtung der hatte ich gerade wieder entdeckt oh jetzt hat er mich auch einmal angebissen der hat aus der Kurve raus angegriffen aber der hält halt auch schon viel aus ne ich hab den jetzt bestimmt schon zehnmal getroffen wirklich auch die Tatsache wie oft er angreift bis er dann endlich erlegt ist jetzt hab ich kein Speer mehr jetzt hab ich mein Speer kaputt gemacht warte ich werfe dir den raus ne ne alles gut alles gut ich guck gerade mal okay ich kann mir locker noch einen neuen herstellen alles klar jetzt ist er jetzt ist er gerade am Lück am Köder dran jetzt können wir loslegen okay Mist alles auf einmal hier also was den Spielfortschritt angeht da haben wir jetzt ordentlich was schon erreicht finde ich oh okay meine Haken ist kaputt das stimmt ja ähm der Haken der Haken ist kaputt ja genau so ich muss jetzt mal schnell auftauchen ach so Mist ähm Kunststoff so ich hole auch noch Sand und Ton und alles mögliche ja aber ich hab auch noch ganz viel Erze gesehen und Schrott zum Beispiel brauchen wir ja auch noch oh jetzt ist mein Haken auch gerade kaputt gegangen verdammt ich hab keine Planken dafür eine einzige Planke bräuchte ich äh kannst du haben und ich guck gerade mal Werkzeug Haken okay der Hai ist fertig oh ich brauch auch vier Planken liegt was im Wasser Metallerz oh ouch okay ich bleib an der Oberfläche ich hab gar kein Leben mehr leider ah mein Inventar ist voll deswegen ähm so Metallerz raus Steine äh Sand sonst noch irgendwas Lehm hatte ich noch du hast kein Leben ne kein Leben leider also ich bleib jetzt einfach hier draußen erst mal gut dann ja puh äh ich brauch tatsächlich Planken um mir eine neue einen neuen Haken zu bauen mal gucken wie viel Planken mir hier unser Baum schenkt warte stopp mal hat gerade gereicht was denn ach so wir hängen hier ohne ähm ja ohne Anker ich bin einfach nur äh ich fahre die ganze Zeit mit dem Segel gegen die Insel ja okay na klar das ist natürlich äußerst praktisch so ich habe hier ach so Wassermelonsamen ich wollte aber Palmsamen den wollte ich hier pflanzen oh der Hai der schwimmt mal einfach entspannt durch unser Floß durch wir haben noch einen Barren und Schrott haben wir noch da ist noch Schrott Schrott haben wir ohne Ende so sehr gut dann habe ich nämlich jetzt wieder einen neuen Schrott Haken und könnte nochmal mich auf die Suche begeben da kommt der Hai das Blöde ist dass der halt auch durch diese Steine oder durch die Insel selbst durchschwimmen kann ne ja das stimmt aber da kam er gerade aus dem Stein raus weil hier sind noch Land greift er aber nicht an oder ja ich war beim Wasser aber er kam aus dem er kam aus dem Land quasi raus du ich habe hier irgendwie eine fliegende Kiste erschaffen okay also wenn du später mal vorbeikommst können wir ja schauen wie weit die Kiste es geschafft hat und zwar ist das eine Pflanze die ich nicht mehr aufsammeln konnte weil mein Inventar voll war und jetzt fliegt die dort oh ist die weg ah ne ne die fliegt da hinten das ist echt kurios ich sehe nix noch ein bisschen näher ran komm mal hier mehr an die Ecke hier hier oben ne echt nicht okay dann ist es ein Anzeigefehler egal äh so wie machen wir das mit dem Hai weil das sind zu viele Ressourcen unter uns die wir eigentlich noch mitnehmen könnten oder sollten wir haben keine Planken aktuell also das ist das zwei Stück zwei Stück habe ich noch echt ja wenn du noch welche brauchst ähm also ich steche den Hai okay hat sich erledigt ich habe den Hai gerade erlegt echt okay ich bin ich gehe runter zack jawohl jetzt haben wir wieder Zeit und Ruhe jetzt können wir hier ein bisschen äh sammeln und ernten Erze Schrott Lehm Sand Steine das war halt so ah da ist noch guck mal Kupfer habe ich noch gefunden ja gut Kupfer ist irgendwie bis jetzt recht selten gewesen bei uns oder ja und Kupfer ist tatsächlich auch leider recht wichtig aktuell bis jetzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020